So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einer weiteren Kurzkritik bzw. in diesem Fall auch wieder mal eine Empfehlung, denn ich habe mir jetzt den Film Chick angeschaut und ich kann euch sagen, er kann wirklich mehr als ein typischer normaler deutscher Film. Es geht um zwei Jungs, der eine kommt neu in die Klasse, der heißt Chick und der andere ist Mike und Mike ist so ein bisschen Außenseiter in seiner Klasse und das Schuljahr geht dem Ende zu und es stehen die Ferien bevor und sein Schwarm sozusagen veranstaltet eine Party, aber er ist nicht dazu eingeladen. Ebenso Chick auch nicht, weil den irgendwie in der Klasse keiner mag, Mike mag ihn anfangs auch nicht, aber dann kommt Chick mit einem Lader bei ihm vorbei in den Ferien und sagt so, ey los, lass uns doch da vorbeischauen und so und dadurch wird Mike dann plötzlich so zum, ja etwas cool, also Chick macht ihn dann zu einem etwas cooleren Typen und alle denken sich wow und die beiden beschließen dann auch einfach einen Roadtrip zu machen durch Deutschland sozusagen, weil Chick seine Oma besuchen möchte, aber er weiß nur, dass sie in der Walachai wohnt und das kann ja überall sein. Deswegen machen die sich einfach mal so auf und ja kommen in allerlei Schwierigkeiten. Es ist so ein kleiner, schöner Film um zwei Jungs, treffen auch zum Beispiel auch auf ein Mädchen und die ein bisschen anders drauf ist anfangs und wie gesagt, schön erzählt, geht nicht allzu lang, also ist recht kurzweilig und dementsprechend kann ich euch den Film nur anschauen, gibt es jetzt auch auf DVD und Blu-Ray, Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne anschauen, ist mal was Nettes für zwischendurch, dementsprechend, ja, das war es soweit mit diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken, ciao! Ciao!